Ähm, ja, sonst so? Geht's euch gut? Wir haben ein ruhiges Stück vorbereitet, ein ruhiges Cover, bei dem der Text sehr wichtig ist, weil da passiert gar nicht so viel Musik, da wäre es sehr schön, wenn ihr leiser sein könntet. Und ich werde dabei begleitet von Arno Dreyer am Akkordeon. Wenn man ein Cover spielt, dann hat das so an sich, dass das ein Stück ist, was nicht von uns ist. Und das Stück ist auch nicht von uns. Sondern von einer Band, die ich sehr, sehr mag. Die spielt in diesem Jahr wieder Konzerte, ist aber schon alles ausverkauft. Deine Karte hat halt viel Glück. Die Band macht deutsche, schöne Sachen. Der Typ ist ein geiler Typ. Und die Band heißt Element of Crime. Und das Lied passt gar nicht mehr wieder. Ja, ich weiß, merke ich gerade. Wenn ein Fluss kein Wasser führt, muss einer, der rückt. Wo die Erde niemals weht, braucht man gern mal auf so Stein. Und jeder will ein Hell sein und will ein Ender füllen. Wie kann man nicht alleine gehen? Ich hab mir geholfen. Ist alles, was jetzt geschieht. Ich möchte mich nicht mehr interessieren. Wenn du nicht daran vorkommst. Bitte bleib bei mir. Wenn du nicht mehr interessiert. Ich möchte dich. Ich bin zwanzigmal dabei, war dann auch aus altes Gründen nicht mehr kamen Ich muss das wissen, weil es seit 22 Jahren extra gekümmt Komm mit mir woanders hin, ich weiß noch ein Ding Ich kann nicht alleine gehen, ich hab mir überlegt Ist alles, was jetzt geschieht, mich nicht mehr interessiert Du nicht lagen fort, bitte bleib bei Ich bin zwanzigmal dabei Wenn eine Straßenbahn einmal aus der Schiene kommt, kommt sie nie mehr an. Wenn ein Konto lördlich laufen lässt, tut er laut auf eigene Faust. Wer die Monatskarte hat, sollte besser nennen, vom Monatsanfang von Stern. Wir sind in Station, hier geht es nicht mehr weiter, hier steigen laut. Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr interessieren kann. Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr interessieren kann. Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr interessieren kann. Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr interessieren kann. Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr interessieren kann.